Mein Name ist Oskar Nobel-Price und ich bin einer der Hauptveranstalter der jährlichen Vergabe des goldenen Stimmzettels. Der goldene Stimmzettel? Das ist kein demokratisches Power-up, keine Wahlmethode für Besserverdiener, nein. Das ist ein offiziell, inoffizieller, öffentlich ignorierter Preis für Politiker. Ja, sowas gibt es. Das heißt ja, jeder hat seinen Preis. Gucken wir uns mal die Popmusikbranche an. Da trifft man sich regelmäßig auf der ganzen Welt. Die meisten machen den Job sowieso nur für Geld. Es gibt seltsame Verbindungen und man trifft sich in Hinterzimmern. Und letztlich wird da ein großer Teil Weltgeschichte geschrieben. Wir als Veranstalter haben uns gedacht, bei Politikern ist das doch nicht anders. Ganz im Gegenteil. Im Gegensatz zu den meisten Produzenten versuchen Politiker oft zivile Opfer zu vermeiden. One Direction wäre mit Adenauer gar nicht möglich gewesen. Trotzdem gibt es nur Negativpreise für die. Das ist doch unfair. Soll das denn das einzige Ziel eines Politikers sein, während seiner Amtszeit so wenig wie möglich negativ aufzufallen? Wir haben uns gedacht, nein. Und deswegen einen Positivpreis ins Leben gerufen. Da haben bisher leider wenige von gehört, weil wir in den meisten Presseberichten ab und zu aus Versehen ein paar Nebensätze benutzen und die meisten Medien sich weigern, komplexem Satzbau eine Plattform zu bieten. Aber es geht ja auch nicht um Aufmerksamkeit. Es geht darum, den Entscheidungsträgern, den Verantwortungsträgern auch mal auf die Schulter zu klopfen. Um so eine Art demokratische Ritterschläge zu verteilen. Und die sind sehr beliebt. In den letzten Jahren ist ein regelrechter Kampf darum ausgebrochen. Nehmen wir mal die Kategorie Hitler-Vergleiche. Hitler-Vergleiche, das ist der virale weltpolitische Hit, den möchte jeder mal bekommen haben, den möchte jeder mal ausgeteilt haben. Aber Achtung! Laut den Regeln des Preises dürfen Hitler-Vergleiche nur an real existierende Personen ausgesprochen werden. Für Staaten oder Organisationen hat man den DDR-Vergleich erfunden. In diesem Jahr wird es in der Kategorie meistverliehene Hitler-Vergleiche übrigens wahrscheinlich eine kleine Sensation geben. Die wird nämlich zum ersten Mal seit Entstehung des Preises nicht an einen Deutschen gehen, sondern entweder an Putin oder, Überraschung, an die Israelis. Die hat Erdogan ja vor kurzem ins Rennen geworfen. Seltsam Humor hat der. Putin ist in diesem Jahr übrigens in mehreren Kategorien der Favorit. Sein Management hat ihm ja auch ein ziemlich volles Jahr beschert. Den Preis für den Sanktionssammler wird ihm wohl keiner mehr nehmen können. Ebenso wenig wie den Preis für die meisten Photoshop-Montagen im Internet. Den wird er wahrscheinlich so lange behalten, bis Nicolas Cage in die Politik geht. Naja, und den Preis für den Sieg beim internen Karaoke-Wettbewerb der UNO, der gehört sowieso ihm seit seiner Darbietung von Barbie Girl. Richtig erkannt. Das sind natürlich ziemlich irrelevante Kategorien. Aber es soll ja auch ein Positivpreis sein. Würden wir ernsthafte Kategorien nehmen, wie engagierteste Nahost-Deeskalationspolitik, da würde das Ganze wahrscheinlich ziemlich schnell eine zynische Veranstaltung werden. Übrigens, wir suchen noch nach Kategorien und möglichen Preisträgern. Vielleicht kann die Zuschauerschaft da ja was in den Kommentaren da lassen. Ich bin gespannt. Tschüss. Ich bin gespannt. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020